so spannend ist eben komisch nein du bist komisch genau wir sind normal du bist komisch die mehrheit ist immer die normalität der komische ist der einzige also wenn du keinen mobil gut findest bist du ganz einfach der zehnte ist dann der gemobbte station oder morgen links nach morgen wir können auch nach rechts laufen noch bei blanks mir ist egal ich würde auf welchen würde ich noch nicht gehen dann gehen wir auf links ja viel spaß ist immer noch nicht da jetzt bin ich da ja ich sehe es was ja die waffe in die hand genommen das ist eine komische brille auf ein scheiß auf mich also fand ihr war nur noch mit ich glaube 36 punkte also drei hunter werden zwölf punkte so die dinger spawnen immer erst wenn ich rein laufe ja wieder singel boss ja wieder singel boss ja gut meine man kann es jetzt nicht verübeln weil er schlechter sechs punkte bringt mit seinem kopf deswegen kommt er wahrscheinlich so oft aber müsste es meiner meinung nach nicht unbedingt single boss sollen dann ja sie haben jetzt schon ein paar karten aber ich finde ich so oft leicht fuß ja 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 äh ja ja ne ok dann richtung morgen oder perrisch in so ist es paris war was machst du da mit dem hundekäfig er sitzt die frage sollen wir eben noch die letzten punkte zusammen fahren und dann dahin oder da sind gerade irgendwo haben hochgegangen hier rechts links von uns ja dann haben wir uns auch gesehen aber ich wollte nicht gepressen werden hier stehe ich ganz ganz blöd mitten auf dem fass was ist da geräusche ja gegner ja ich habe ja natürlich könnte mal jemand helfen ich bin mit dem kreis gelaufen hier die ganze zeit und dann kam er hältst du mit der pampe mittendrauf und du tötest sie nicht der lutte konny gerade rechts von dir hat sich einer geheilt der abend lief so gut kommt der olle damit in einem säbel um die ecke naja so sind sie der hat mich auch mit dem säbel gekillt ich glaube gleich die situation hier steht anderen kommt ein beballert und der kommt ein säbel auf mich zu hat zwar dann schuss ich habe zwei schluss ich habe zwei schluss ich habe zwei schluss ich habe zwei schluss auch nicht schlecht ja ich habe ausgegangen ja komisch ja aber hierzu normalerweise welches team bei dir alle ja lad mich kurz gucken ich bin ja gerade als weder im 2 in drei jahre habe ich getötet also den ersten und letzten habe ich getötet und der hintere hat mich getötet ja der hat mich auch getötet naja um die ecke ich dachte ich habe ja noch drauf geschossen aber ich war leider leer so 23 punkte 23 punkte fehlen uns das kann sein wenn das einleuchtend aber es ist zumindest nicht mehr so laut wie eben ja schon mal ein bisschen besser naja es ist ja nur eine übergangslösung ja wenn sie den rechner schlag usb stick geben würde jetzt schon längst fertig ja ich habe ja immer noch keinen meine frau ist ja quasi los wollte ihn holen naja und ist seitdem nicht mehr gesehen hä wie die wollte denn doch nicht holen du hast doch gesagt nö ich habe nicht gesagt nö ich habe gesagt das lohnt sich jetzt auch nicht mehr habe ich gesagt ja weil ich heute eh nichts mehr daran tun kann ja trotzdem muss sie ihn doch holen ja gut ich meine ne ist eigentlich schnell angeschmissen so ne ja ja aber wie spieler jetzt die sache vor fünf minuten dann läuft der teil von alleine weiter das mag ja sein macht es aber da ja kein mensch das bedienen kann die windows installation wir haben natürlich wieder keine spinnen dann aber auch so fließt da eine absicht sagst du sagen alle ein boss wieder nur was der schlechter sechs punkte da dass sie ne du bist du bist der ganz sogar recht also direkt vor uns könnte auch welche da sparen rechtzeitig und er hat gefunden ja band stillwater oder kirche ich glaube kirche hört sich gut an dann müssen wir richtung nordwesten diesen teufelsdinger in wasser dass die teufel auf teufel sollen blutgefahr kommt sie alle holen genau satanas abraxas im ich versuche mal an den kürbis zu kommen lass doch alle mit der silencer machen naja macht so wird das seien zu alle akrieren haben gerade durchgelaufen ja ich hab mal wieder nichts hören ja ich glaube auch diesmal wieder auf wollen wir dann disconnect läuft oder hat katharina eine andere sperrzeit drin ja klar es könnte sein absolutes sperrzeit jetzt gerade greift um 9 uhr kann sein ne auf jeden fall ist sie wieder online ja ja und was und ja ach so nein ich bin nicht rausgeflogen was dann keine ahnung war halt kurz weg kann sein dass ich noch raus fliege aber noch bin ich nicht das ist ja die hauptsache solange dein hunter noch leben ist das ja auch noch nicht neun also von daher in sechs minuten aber ein gräber oder alles wow also jetzt wahrscheinlich fischfarben oder seegemühle wären na internet war glaube ich kaut zweck papa es hat nichts mit der software zu tun ja aber ich muss das software mal gucken wir so wie viel uhr die einsteht ja das kann ich gerade nicht weil das wird nicht raus wie heißt die software noch mal ich mir fällt es gerade nicht ein äh kindersicherung ach ja ok seefeld ne saalfeld also wie das ist eine die hat die 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 So, alles klar. Ja, müsste eigentlich durchlaufen jetzt. Okay. Hättest du ruhig schon mal was weiterlaufen können, ne? Wir haben jetzt noch unnötig Zeit verloren, deswegen. Tuss, Frau, uns, nördlich, Null. Wir haben noch nicht so Nerv. Ah, könnte aber Viehzucht gehen, Sägemühle gehen. Achtung, da ist ein Käfig. Aus. Wo wollten wir denn jetzt hin, Alice oder Quäbe? Äh, Alice, oder? Alice, sag ich auch. Wobei, die Schüsse kamen ja von Alice. Ja, wir waren Richtung Norden, kamen die Schüsse. Ja, Null. Also Viehzucht eher so die Richtung. Ja, Alice ist auch ein bisschen zu nah. Wir können auch einmal durch Lockbay laufen, oder wir gehen direkt dann rechts drüber. Schlüsse kommen von links. Wir haben sich bei mir gerade das aufgebaut. Also hier scheint wohl noch keiner gewesen zu sein, weil die Zombies gerade erst alles bohren. Also hier ist noch, die Dings, Pantala. Das ist ganz schön Party. Das ist eine Laterne. Also es bringt nichts, wenn die hinter mir herläuft, oder? Ich muss doch mal einen eigenen Weg finden. Ja, ich laufe ja einfach irgendwo und ich laufe nicht gezielt irgendwie nah. Und jedes Mal, wenn ich mich unbeschüsse, stehst du hinter mir. Also schon fraglich. Lauf aber wirklich nicht gezielt irgendwie nach. Ach, da ist er drin. Aus. Nicht angehen. Nicht angehen. Nicht angehen. Sägemühle müssen wir. Bin ich da. Sägemühle? Ja. Dann passt das ja mit den Schüssen auf jeden Fall. Ja. Dann sind die auf jeden Fall da schon vor Ort. Mindestens haben die da schon mal einen Keepfight gehabt. Haben hier jedenfalls auch nichts aufgesammelt. Nee, der Compound hier war noch nicht gelootet, also. Ich glaube, ich sind ja auch alle erst gespawnt vorhin. Oh. Was ist die Engweiß? mit 70 hatten wir noch aufwandpunkten ja 124 macht das aderw 76 ich hab bin jetzt das hauptgebäude durch außenrum müsste eigentlich alles gelootet das ist das hauptgebäude über viehzucht dahin oder hier ist nix mehr eigentlich müssten wir doch schon die letzten sein die da anstoßen wenn der zufall das so will bescheinlich meine man hat auch nur zwei schüsse gehören weiß halt wieder nicht wie viel solos sind wieder hier drin ich denke die belauern sich da noch aber auf jeden fall zeit hier scheint glaube ich auch schon welche durchgelaufen zu sein da ist noch was wenn jemand ein medipack findet dann nehme ich es spät gesehen hier ist ein medipack danke loris loris man sieht eigentlich also 200 punkte kann man locker schaffen so heute oder in der zeit die wir gespielt haben weil wir jetzt auch schon wieder fast 30 und 76 brauchen wir eigentlich nur noch aber eigentlich ist das easy machbar ich glaube wir rufen sie durch aber irgendwie ist mir das echt respekt daher kann ich nicht mehr ja jetzt ist der geballert in der sägemüle hier sind auch aufwertungspunkte ab entweder gehen wir noch über port und dann von hinten an sägemühle ne wenn dann müssen wir fisch schwarm wenn dann gehen die ja links rum raus ja dann gehen wir über gräber und dann fisch schwarm da haben wir die gräber noch mal die möglichkeit war zu looten doch wir sollten so nicht zu lange gluten aufhalten sonst ist sie gleich wieder weg die haben jetzt gebändisch also ein bisschen zeit haben wir eigentlich das ist ja auch noch mal passiert direkt wohin läufst du papa es ist mir gerade auch aufgefallen habt ihr gerade gemerkt wenn ich in die falsche richtung laufen ist ja schon gut ja bevor du da in die gegner reinläufst ich habe schon einen schuss gehört ich glaube ich bin schon in die gegner reingelaufen du warst auf jeden fall nah dran ja ich dachte ich hätte die richtige richtung gehabt sorry hier ist nochmal so blei ich brauche mich ich brauche mich ich brauche wieder was explodiert dahinten noch was explodiert dahinten ok der supply ist gelootet die schweine ja also wenn wir Pech haben finden wir hier nichts sagst du finden wir nichts oder ficken wir nichts finden finden ok doch da steht auch noch die figur steht noch 36 punkte left wir nehmen gleich das was überall bleibt an gegnern ja wahr das ist ja eigentlich auch ne gute methode ne machen die andere auch immer so au was machst du das war aus Versehen na toll echt ey mit alle hier kannst du nicht sneaky gehen ey das ist jetzt das erste mal passiert und außerdem ist das hehehehe außerdem ist das papa auch schon passiert ist immer wieder dasselbe mit ja echt jetzt wie ihr sagt dir ist das schon öfters passiert Klasse oh Kasse ist schön meine meine das hat deine gesagt ja ich hab sogar gelootet wer macht ja nix kann ich auch einfach töten und liegen lassen ja ich war nochmal direkt hinter papa das das zum thema wir gehen nach oben und quatschen ich meine mein zimmer ist ja frei das kannst du wie gesagt vergessen aber ich glaube sie haben es gehört da ist der trafé aufgenommen worden ja ja hunde macht doch nicht so was ich habe ich habe das ich habe das ich habe das ich habe das das mich vorbei gelaufen ja ich weiß ich habe es gemerkt wir im Norden vom Komponent ich sind aber noch drin weil es ist ja das hinterste gebäude davon ist also immer wenn sie schlau sind laufen sie richtung wenn die kommen in unsere richtung die frage ist wie viele andere teams sind noch hier und warten auch auf sie ist eine gute frage das werden wir merken laufen auf jeden fall direkt an der grenze also wir sollten jetzt stoff Richtung Norden geben sonst kriegen wir sie nicht ja 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 bist du schon am boot voni ne dann ist dann noch ein team geht weiter links rum weiter links weiter links weiter links bleiben weil ein team ist schon am brot war so auf die wartet es ist die letzte runde und die mission karin das bett schicken auf mich haben mich gesehen war ja klar handgranate hat mich erwischt war meine neighbor doch war deine war keine absicht das kann ich mir vorstellen dass es keine absicht war noch was geflogen sicherlich hinter uns verstehen wie der mich der pistole erschießen kann aber es wäre vielleicht einfach hilfreich hätte ich vorher die informationen gekriegt wird er war ich habe gesagt hinter uns ja er haben wir heute noch eine beschissene runde so immerhin haben wir 25 wendpunkte du bist raus alia oder 20 wird raus ja hörst du auf ich darf bei karina wenn die unbedingt drauf besteht ja dann würde ich das jetzt aber auch sagen die machen wird das wird wäre schön wenn du einfach mal auf mich hören würdest es war nur ein zweier team wie lange habe ich noch wie geil und und und